So, um jetzt nochmal auf ein anderes Thema zu kommen, nämlich, ich find's halt sehr, sehr, äh, ja, ihr kennt, wahrscheinlich, wahrscheinlich kennt jeder Zocker, oder? Zocker kennt jeder. Ja, sind schon, ist echt schon cool, also hat schon eine Art, Digger, die sind echt, das macht schon Spaß, das anzugucken, Digger. Zocker ist ja so ein Typ mit knapp 90.000 Abonnenten, der eigentlich, naja, größte The Crew 2, äh, YouTuber, Slash, Streamer Deutschlands, ne? Insofern weiß das ja mittlerweile, glaub ich, jeder. Aber ich versteh's dann halt einfach nicht, dass jemand wie er mit seinen bald 100.000 Abonnenten einfach von fucking Ubisoft so fucking, ich sag so oft fucking, ich glaub ich muss das die ganze Zeit, äh, dann, ähm, raus, äh, Dings, wenn das ein Streamer live wird oder so. Da hab ich ja richtig Bock drauf. Aber ja, ich find das halt einfach frech, dass der so wenig Support von denen bekommt. Mir fällt grad auf, äh, ich, äh, will den LaFerrari lieber mal nicht fahren. Nehmen wir mal den hier, den Regera, den bin ich noch nie auf New York gefahren. Einfach, weil er so scheiße ist. Aber komm, nehmen wir mal den Regera, weil ich mein, äh, es kommt ja seinen Nachfolger rein ins Spiel. Okay, mit dem Update. Wollen wir dem, äh, nochmal seine letzte Ehre geben, indem wir mal, äh, auch sonstweise mit ihm New York fahren. Naja, wie schon gesagt, äh, ich mein, Zogger ist einfach der größte The Crew 2 Streamer, Slash, YouTuber in Deutschland. Oder zumindest der, äh, größte deutschsprachige Twitch, äh, Twitch, Twitch 2, äh, ja, man kennt ihn. Ja, man kennt ihn. Ganz sicher Twitch, äh, zweier statt, äh, The Crew 2. Er ist halt, wie schon gesagt, der größte Twitch, äh, Twitch, ich sag die ganze Zeit Twitch, was für Twitch 2. Naja, er ist halt hier in Deutschland der größte und da verstehe ich halt einfach nicht, dass er von Ubisoft, WZW Ivory Tower, danke schön, Glenn, du Wixer, dass er halt von denen so wenig, beziehungsweise eigentlich so ziemlich gar keinen, äh, äh, Support bekommt. Finde ich halt einfach frech, ey. Muss ich ganz ehrlich so sagen, wie es ist. Finde ich frech. Digga, sag mal, wie wenig lenken die Scheiße ein? Ich lenke einen Kilometer vor der Kurve ein, ersten Kilometer nach der Kurve, gefühlt fängt er an zu lenken. Was ist das für ein scheiß Auto? Ich hoffe, dein Nachfolger ist gut, du Wichser. Du Wichser von Auto. Ich muss das alles auspiepen, ne, wenn das ein Streamer werden sollte. Ich glaube, ich, äh, daraus mache ich auf keinen Fall ein Streamer leid. Danke. Ne, ich bleib jetzt hier stehen. Ja, ha, hab deine Mutter gefickt. Ich bleib jetzt hier stehen, Proberts. Ich bleib jetzt hier stehen, Proberts.